Oh, das ist ein VIP, äh, ein VIP-Bereich. Ich kann es nicht betreten. Super. Ich dachte so voll so, wow, episch und so, aber nö. So, in den Kommentaren, danke nochmal für die reichlichen tollen Kommentare, die ich mir geschrieben habe wieder. Vielen lieben Dank. Da werde ich natürlich erstmal gleich auch, ähm, was, 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 na, guggen. Hier lang war das, glaube ich, ne? So. Der zweite Raum war das doch, ne? Bitte, ich, ach, Gott sei Dank. Nein. 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 Irgendwo sollte es Betten sein, wo ich hätte schlafen können. Warte mal, was, hier davor? Letzter Raum? Äh. Wie muss ich dann das Bett anquatschen? Weil in den Kommentaren stand nämlich, dass ich ein Bett anquatschen kann und ich dann mich da hinlegen kann und schlafen. Vielleicht von oben? Nein. Hm. Hier vielleicht? Auch nicht. Also müssen wir wirklich den kompletten Weg zurücklaufen, ne? Ah, ich guck nochmal überall nach. Ich schau mal nochmal kurz so schnell rein. Oh, Glurak. Guck mal noch schnell, ob hier irgendwo Betten ist. Ah, scheiße, da komm ich nicht dran vorbei, ne? Ne, da muss ich erst gegen die kämpfen. Das wollen wir, will ich erstmal nicht. Scheiße. Ne, da müssen wir auch kämpfen. Gegen dieses Nobilikat. Hm. Hier haben wir schon gekämpft. Ah, hier? Komm schon. Ich muss doch hier irgendwo schlafen können. Oder wie kann man denn hier akzeptieren? Ne, gar nicht. Ah, hier haben wir alle kämpft schon gemacht. Hier, Bro, Bro, Man, Bro, Seth. Ich, ich bin leider... Musst du mir nochmal erklären, was du jetzt genau damit meinst? Ich, 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 denke ich einfach nur auf den Schlauch und brauche vielleicht mal eine kleine Gedenkenstütze, damit du mich in die richtige Richtung schubst, wenn du verstehst, was ich meine. Aber ich kann hier nirgendwo schlafen. Tut mir leid. Boah, Schock, habe ich mich gerade erschrocken. Nein. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Ich wollte eigentlich gerade nur ganz normal lesen und da dachte ich, gut, der greift mich sowieso nicht an, weil er sowieso da in die Richtung geguckt hat. Oder muss man den Raum erst clearn, um dass wir dann reinkommen in die Betten? Hm. Weiß ich jetzt gar nicht. So, ob ich jetzt wirklich alles kaputt machen muss. Also halt alle besiegen. Oder, hm. Ich weiß halt nicht, ne? Jo, wir sind, wir sind dauernd, wenn er jetzt keinen Kritik gemacht, dann sind wir auf jeden Fall besiegt. Double Kick, ja. Oder? Jo, ist super effektiv. Sowieso letztes Pokémon, aber wo ist denn da ein Bett, wo ich schlafen kann? Das ist jetzt ein bisschen mehr ein Rätsel. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder hier, mal wieder. Ah, da muss ich mal kurz richtig hinsetzen hier. So. So, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, Leute, äh, wenn ihr mit mir mitsponieren wollt, könnt ihr auch hier ein Teamspeak nehmen, ist alles kein Problem, dann können wir zusammenspielen. Habt damit keine Probleme, also ich mach sowas gerne natürlich mit der Community, das ist mir natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass ich mit der Community was gemeinsam mache. Ob's Pokémon ist, ob's Ark ist, ob's, ja, weiß auch, was auch immer ist, was Multiplayer-mäßig zu tun hat oder einfach nur quatschen ist. Und währenddessen ein Gameplay-Hintergrund ein bisschen ist, stört mich gar nicht. Also, das mach ich liebend gerne. Wenn ihr Lust darauf habt, man, der steht mir immer im Weg, dann schreibt mir einfach in die Kommentare, sagt mir wann und wie und wo ihr Zeit habt. Ich richte mich dann auch ein bisschen nach euch, muss natürlich ein bisschen nach mir richten, weil ich natürlich auch mein privates Leben habe. Aber, wie gesagt, wir machen das schon. Wir schaffen das schon, schreibt in die Kommentare, haben mich da schon ein paar gemeldet. Aber die Liste ist schon ein bisschen lang, aber das sollte kein Problem sein. So, aber wie gesagt, wenn du mal mit den Betten musst du mir nochmal zeigen, denn hier ist Feuer. Wir brauchen Wasser-Pokémon. Definitiv brauchen wir Wasser-Pokémon. Ich klicke jetzt mal kurz schnell durch, weil ich die, glaube ich, schon alle hatte. Aber hier passiert gar nichts. Kann man sich hier hinlegen? So ein Doppelbett? Nein. Aber Charlie. Oh, was machst du in meinem Raum? Oh, lass uns kämpfen. Oh mein Gott. Ein Crow... Crowleth. Los, Kameon. Oh, Drachenwut. Ja, ich muss mir echt noch ein Pokémon... Ich muss mir wirklich... Von wirklich den Haupttypen muss ich mir echt jetzt Pokémon zulegen. Feuer ist ein Hautabdebut. Pflanze ist ein Hautabdebut. Ein Haupttyp. Entschuldigung, pardon. Ein Haupttyp. Feuer, Wasser, Pflanze sind jetzt so für mich jetzt. Dann 4 noch 3. Ich glaube, Pflanze ist stark auch gegen Elektro, ne? War das nicht so? Weil die Pflanze leitet jetzt in den Boden und dann ist der Boden... Das war auch in einer Pokémon-Folge damals. Pikachus Donnerschläge gegen Knufensa nicht effektiv. Weil das sofort in den Boden geleitet ist. Also fällt dann zum Beispiel Gestein aus? Oh Gott, sind das viele! Jo, einmal reicht, danke. Aber sieht schön aus. Ich finde es aber mega geil gemacht, auf jeden Fall. Aber so viele Trainer... Oh, das waren auch die 3 Trainer mit... Hier, ich bin Shiggy und ich habe Pikachu und äh... Hier, äh... Ha. Aber es ist ein leichter Klacks hier. Hier, kommen wir hier. Wumm. Was? Wipfer fest. Komm schon, Level 30. Nein, 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 nein. Ha. Wusste ich es doch, Gott sei Dank. Und als letztes kommt der nämlich Shiggy und dann nehmen wir nämlich... Nehmen wir mal Knufensa. Ein bisschen Leveln, sollte mal... Oh, jetzt habe ich die falsche Attacke gemacht. Äh. Ja, genau die Attacke wollte ich auch gerade machen. Wow. Komm schon. Ja. Was? Pff. 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 Glaub es ja. Ah, okay, alles klar. Hm. So ein Livestream wäre jetzt nicht schlecht. Dann würde ich jetzt so schnell rüber gucken, so. Sag so, wo ist das Bett? Und dann würde ich mir sagen, da, du musst in den Raum und so. Aber... Naja, wer weiß. Ich weiß nicht, ob ich sowas überhaupt mache. Mal so Livestreams und so. Aber ja, ich bin schüchtern. So, Knufensa wollten wir in den Kampf schicken mal. Oh, das funktioniert sowieso nicht. Ähm. Oh, die Defensive steigt hoch. Super effektiv, aber tut gar nicht weh. Ah, leider haben wir nicht so viele Attacken. Was sind wir hier? Hm. Oh, da ist aber Knufensa. Ich war heute auf den Hochtouren. Vergiften, schlafen. Ah, nee. So macht man es mit einem Knufensa. So, hier wechseln wir uns mal wieder um. Machen wir mal radikal als erstes. Radikale Sache hier. Ah, hier waren wir überall schon. Oh, da sind so viele Träner. Ich kriege hier echt eine Macke. Uh. Was hat das denn gerade für eine Aktion? Komm ich mal rein. Hallo. Ich will schlafen hier mal so. So, einfach mal hinlegen. Einfach mal kurz noch einen Dösen. Komm mal da rauf. Nein. Ich versuche dieses Bett. Denn er heißt die Folge, wo ist das Bett? Hm. Also ich will ja schon hier den Trainer mitnehmen, aber jede Folge immer nur den Trainer. Ich komme hier glaube ich niemals raus aus dem Boot, weil die sich ja irgendwann auch wieder respawn. Oh, wir sind von der Küche. Und hier hat mir auch jemand einen Tipp gegeben. Oh. Und der Tipp hat sich auch befürwortet. Er hat ja mal was Empty, also leer. Uh, eine Hyper-Portion. Komm, kannst du da... Kann man gegen den kämpfen? Nein. Pantimos. Was ist hier mit dem? Ach, stimmt, zum Matrose will gleich hier kämpfen oder so. Oh, did you hear a Snorlax? Is that what's this ship? Snorlax? Das war dann mal Snorlax von Pokémon. Schlup. Dieses Schlup. Captain 8. Excuse me, I'm not trying. Okay, ja, ja. Das ist... Oh, gegen den. Nee, warte. Erstmal gegen D-Warn. I wonder what the mysterious man in black suit and... Oh. Team Rocket. Wahrscheinlich in ihrem schwarzen Anzug. Nee, Anzüge. Uh, overall. Uh, Schlafanzug. Uh, this captain is very ill. It is no boat. Well, it's expensive. To say what is wrong with the captain. I have a accent. Äh, der zweite Flur. Oh Gott, wo ist hier der zweite Flur? Ist das hier der zweite Flur? Ich hab doch keine Ahnung. Ich kenn mich ja hier in dem Boot gar nicht aus. Und jetzt, wo ist jetzt lang? Ich renne hier einfach lang. Was ist hier? Äh, uh, are you going? Why can't we enter? What are you guarding? was bist du für ein guardian oder was ein wächter wie auch immer aber wie ein effekt gibt es wohl vom welt bei passen wie kann man denn jetzt Leftovers Ach, ein Angeknabbert da Äpfel Hä, das verstehe ich jetzt nicht, jetzt bin ich auch mal ein bisschen verwirrt Aber ich finde immer noch nicht, das ist mit dem Bett Also müssen wir mal zeigen, oder wie auch immer sagen, wo das Bett ist Hä, aber wie, was ist denn Der hat doch gesagt, in den zweiten Flur Das ist der Second Floor, das ist, ups Ist der erste Erste Flur, würde ich jetzt mal sagen Oder Ich muss nochmal zurück Ich muss nochmal kurz nochmal lucken Ich habe es nicht ganz verstanden, also Ist der bestimmt weg oder so, wie immer Ne, Dr. Neumann Dr. Neumann Ja, Pischperi, excellent Ich bin nicht der Einmal, da ist es One Boat. Verstehe ich nicht. Oh, es klickt den selben Text schon wieder an. Achso, meine Colorators. Ich kriege es nicht. Warte mal, die Poison-Denkspumps habe ich da hier drin. Oder die Elzebeere, ne? Oh, ein Great Ball. Also die höhere Form eines normalen Pokéballs. Ähm, Pichaberry, ne? Die ist doch hier mit der Poison. Ja, Pichaberry habe ich doch. Aber warum? Ich sollte denn sofort hochrennen, habe ich gemacht. Aber warum zum Geier lässt er mich da nicht rein? Wie kann ich denn die denn geben? Rechts? Ich versuche mal rechtsklicken auf den rauf. Oder muss ich jetzt alle Trainer besiegen? Muss ich jetzt alle Trainer besiegen? Ey, das kann ja noch Jahre dauern. Achso, warte mal. Jetzt kann ich gar nichts klicken. Jetzt kriege ich den hier an. Äh, ich habe keine Chance. Keine Ahnung. Äh, ja, das wissen wir ja. Haben wir doch hier. Haben wir doch alles in der Hand. Aber lässt mich nicht durch. Muss ich noch was... Hab ich noch was hier ins Inventar bekommen? Fass, das bin ich leicht verwirrt. Also... Eine alte Angeln, ein paar Attacken. Ne, ist mir zu blöd. Dann verreckt doch da oben ein dummer Käpt'n. Ne. Aber so groß ist das Boot auch wieder nicht, ne? Du hast jetzt ein paar Räume. Warte mal, die machen wir jetzt alle schnell fertig hier. Komm her, alter Sack. Oh. Oh Gott. Jo, komm her, ja. Crunch? Auch nicht so doll. Wasser wäre eigentlich super... Ja, super effektiv. Das meinte ich eigentlich nicht. Hyperfang? Macht mir, glaube ich, selber auch ein Stück Schaden. Oder? Ne. Huh. Äh, ich kriege ja echt einen Anfall. Echt? Erstens wünsche ich das mit dem scheiß Doktor da nicht, was er da von mir will. Ich bin im zweiten Flur. Hab bis jetzt versucht, es weiter zu klären. Lässt mich trotzdem nicht durch. Keine Ahnung, wie ich das anklicken soll. Hat da jemand in den Kommentaren dann eine hilfreiche Lösung? Dann empfinde ich das mit dem Bett nicht. Ich hab keine Ahnung, zu welchem Bett ich gehen muss, damit ich da geheilt werden kann. Und jetzt bin ich hier schon fast wieder tot. Ey. Uh, zweimal gewusst. Oder noch einmal? Noch so ein Vieh. 10.000. Wow. Keine Ahnung. Also schreibt mir mal in den Kommentaren, wie ich da weiterkommen soll. Also, jeden Trainer jetzt besiegen, das ist mir langsam echt zu viel. Und das ist, ähm... Ja, besiegt. Ja, ich bin sowieso wieder besiegt. Meine Güte, ich hab die falschen Pokémon, verdammt. Brauche ich mal ein Wasser-Pokémon, ein Drachen-Pokémon, ein Laser-Pokémon. Was der Kuckuck, was er alles gibt. Ja, hier. Das bringt sowas wie die hohle Hand gekackt. Gar nichts. Ja, vor allem, ich bin 9.20 Uhr und er darf natürlich angreifen. So, weil ich nur eine Pflanze bin. Versteht nicht. Alles so komisch. Ach, komm. Lass mich abhauen, ey. Das ist doch kein Sinn hier. Hab ich so einen Knuffenser im Team, ey. Was ist denn mit Knuffenser? Nämlich ein Zahnstocher. Wenn ich gerade so ein leckeres Stück Fleisch gefordert habe und mir die Reste im Zahn hängen. Mann, ey. Ich bin auch schlecht gelauert. Twister. Hör in den Lack. So, da sind wir wieder hier. Klasse. Ah, das ist doch gar nicht wahr sein, ey. Ich lese mir mal die Kommentare durch und dann muss ich gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall keine Ahnung wie. Bis zum nächsten Mal. Bude. Vielen Dank.